Hallo! Hallo! Heute sind wir bei Burger King und wir wollen so eine ähnliche Challenge machen wie bei McDonalds. Wir bestellen wieder das, was der vor uns bestellt hat. Ja. Da sind wir. Da. Und wir müssen jetzt abwarten, bis ein ganz cooler Typ kommt. Genau. Möglichst mit vielen Kindern hinten drin, damit wir viel zu essen bekommen. Ja, genau. Also wir haben hier erstmal geparkt und der, der als nächstes reinfährt, den fangen wir ab. Wenn dir das Video gefällt, mach gerne dann nach oben und lass ein Abo da. Ja. Oh, ich glaube da kommt jemand. Oh, er macht eine Kurve, er macht eine Kurve. Ja, ja. Fährt er rein? Ja, nein? Ist nicht reingefahren. Schreib mal, was dein Lieblingsburger bei Burger King ist. Was hättest du denn gerne, was da drin ist? Außer dem Bopper. Ähm, ich hätte gerne die Pommes. Die schmecken ja richtig lecker. Und hier. Da unten sind noch die Pommes vom letzten Mal. Oh. Die habe ich nicht alle rausgekriegt. Deshalb gibt es hier so einen tollen Duft im Auto nach älterem Fett. Da ist noch eine Pommes drin. Kann man die noch essen? Würde ich nicht versuchen. Dann machen wir die Challenge. Wer isst die Pommes? Wie lange ist denn das jetzt her? Zwei Wochen? Hm, zwei Wochen alte Pommes aus dem Auto. Ah, der fährt auch nicht rein. Guck mal. Einfach so fährt er vorbei. Ist da vor dem Weg nicht irgendetwas? Nee, da ist nichts. Doch. Nee. Also vor dem Weg, wo wir reinfahren müssen. Jetzt habe ich gerade eben gesehen, das ist zu. Ja, was machen wir denn jetzt? Behalten wir das jetzt hier oder was? Aber ich möchte unbedingt essen. Wollen wir da reingehen? Ist das nicht ein bisschen kugeln? Ja, hier zehn Stunden zu warten lohnt sich nicht. Also gehen wir lieber rein. Okay. Ich weiß nicht, ob der vor uns gefilmt werden möchte. Nein. Okay, gut. Dann probieren wir es mal. Bist du dir sicher, Johann? Ja. Du willst jetzt reingehen? Ja. Und den vor uns filmen und den Burger essen, ja? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die das so gut finden. Aber wir können es ja mal probieren. Der Tempel. Burger. Ich glaube, jetzt müssen wir aber erst mal fragen, ne? Ja. Geh mal rein. So, es hat begonnen. Wir dürfen. Wir haben gerade gefragt, wir dürfen filmen und von diesen beiden jungen Damen werden wir die Burger übernehmen. Oder Menüs. Oder was auch immer die essen. Sind Sie sicher, dass wir es wirklich dann essen wollen, ne? Ja. Wow. Sehr viel Ketchup, sehr viel Mayo. Oh, Power H. Es füllt sich schon. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr werden. Hey, da kommen wir einfach alles. Oh, ganz viele. Sehr schön. Oh, das war gar nicht unsere. Oh, oh. Oh, oh. Schade. Jetzt wird es aber noch spannender. Es ist ja nicht, was da drin ist. Schade. Schade. Entschuldigung, wir brauchen Sie Ihre Kühlen. Ja? Düften wir den Kuchen auf den Arsch? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen den Kuchen auf jeden Fall. Lassen Sie uns mal da drüber. Oh, super. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hätte gerne das, was Sie vor mir bestellt haben. Sollen Sie noch mal haben? Ja. Genau das, was ihr habt. Sehr gerne. Dankeschön. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich auch. Okay, vielen lieben Dank. Danke. Wo wollen wir uns setzen? Da vorne. Hier? Jo. So wie es aussieht, haben wir voll den Jackpot. Hier haben wir zwei Überraschungsburger. Cool. Ich hoffe, da ist ein Wopper dabei. Darf ihr einen haben? Bei drei machen wir auf, ja? Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Oh, hier. Wopper. Wopper steht drauf. Wopper ist drin. Und was hast du? Weiß ich nicht. Wopper. Und ein kleiner Wopper. Zeig mal. Mach mal. Oh Gott. Ich komm mal zu dir rüber, dann geht das besser mit dem Film. Soll ich den aufmachen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt war das ein bisschen peinlich. Oh Gott. Leute zu fragen, ob wir das selber haben können wie die. Oh was ist das? Das ist aber Chicken. Chicken? Warte, warte, warte. Das ist dieses Käse, dieses Bio-Käse-Dingsbums. Warte, warte, warte. Weiß mal rein? Und dann sagst du, ob das Huf war, oder? Dein Mund ist nicht groß genug dafür. Soll ich dir helfen, mein Sohn? Oder ist... Ich hab Hunger. Helf mir. Aber es schmeckt gut? Hat sich auf jeden Fall nicht raus. Ja, weil die haben nichts zu trinken. Oh, was machst du da? Ja. Burger essen ist gefährlich. Schmeckt ja so gut. Äh, die haben nichts zu trinken bestellt. Oder nur diesen, äh, Dingsbum-Shake. Also, das ist nichts zu trinken. Jetzt ist die ganze Zeit im Amphion. Wir wollen ja zeigen, was es noch gibt. Okay. Ich muss mal kurz kontrollieren. Ich glaube wir haben was nicht bekommen. Äh, Coke Regular. Da wurde was unterschlagen. Ich geh nochmal hin. Alles schmeckt hier so gut. Ich steppel mir diese Pommes hier. Lecker. Ich sagte ja, diese Pommes von hier schmecken echt lecker. Die haben uns keine Getreide gegeben, weil man hier eine Flatrate hat fürs Trinken. Oh. Und da kriegt man leeren Besser und dann kann man sich auch mit dem Automaten messen. Ach so. Hol die Brille. Und, was ist es? Wasser oder Sprite. Ja, also das haben wir uns jetzt selber ausgesucht, weil wir wissen jetzt nicht, was die vor uns bestellt haben. Ja, leider. Okay. Äh, was ist das denn? Guck mal, das sind, ah, das sind Nuggets. Chicken Nuggets. Oh, lecker. Oh, dazu gibt es sogar eine Soße. Und, das ist Sweet Chili oder was ist das? Mach mal auf. Das ist, okay. Okay, jetzt tippen wir. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, lecker. Chicken Nuggets gehen immer. Ja. Obwohl, ich bin ja eher so ein Curry-Soße-Fan. Ja. Du auch, ne? Oh, das Ei schmilzt schon. Wir müssen schneller essen wollen. Oh, ich esse mich jetzt mal mit meinem Topper. Ich bin echt so glücklich. Ich hoffe, da ist ein bisschen Käse und ein bisschen Bacon drauf. Es ist, äh, also es ist ein, aber kein richtiger Wopper, ne? Es ist so ein kleiner, ne? Ohne Käse, ohne Bacon. Aber Wopper ist Wopper. Und schmeckt immer gut. Der wird jetzt nicht gerne. Schmeckt einfach lecker. Ja. Ich will den noch mal probieren. Warte mal. Oh, ja, der schmeckt gut. Ich weiß mal da, wo du nicht ran gesabbert hast, ja? Okay. Schmeckt richtig gut. Mh. Mh. Aber was ist denn da? Mh. Das ist eine Krise. Aber das ist eine Barbecue-Soße nicht voll lecker. Mh. Mh. So, aber der Wopper schmeckt besser. Hier. Ich wäre jetzt auf drei ran. Eins, zwei, drei. Auf. So, Hannessen. Das war mein Burger. Was passiert, wenn man irgendwie einen Lieblingsburger in die Hand drückt? Mh. Schmeckt gut, ne? Aber was mich sehr freut, ist hier der Crispy Chicken. Aber leider ohne Käse. Oh. Ach doch. Oder ist es hier Punkt Käse? Ne, das machen doch immer so ein Kreuz drauf, oder? Ich glaube, das ist Käse. Ja, aber ich glaube, die kreuzen das immer so an. Oder? Oh. Ne, nehm nicht. Boah. Ist zwar kein Käse drauf. Aber schmeckt immer noch lecker. Super. Du zuerst? Ja. Frei bei sich frei. Okay. Eins, zwei, drei. Guten Appetit. Guten Appetit. Mh. Es ist auch nochmal. Ich auch nochmal. Mh. 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 Schmeckt ja nach Vanille und Erdbeeren. Mh. Ich esse hier den Karamelle Eisbecher. So sieht der aus. Vanille Eis mit Karamellen. Mh. 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 Okay, Johann. Aber wir müssen jetzt kurz einen Break machen sonst. Man schmilzt das Eis, die Pommes werden kalt und den Burger will ich auch noch essen. Aber der wird jetzt so gegessen, dass man das nicht öffentlich zeigen darf. Also nicht jugendfrei. Wie ist dein Resümee für das Essen? War das gut oder war das schlecht? Das war ziemlich gut. Also ich fand hier alles lecker geschmeckt. Sogar ziemlich. Das war nicht anders. Nur die Currysoße. Also anstatt der Sweet-Chilling-Soße oder was ist das? Also diese Soße? Süß-sauer. Ach so, süß-sauer. Okay. Da hätte ich gerne eine Currysoße gehabt. Hier ist ja noch ein Eis. Vielleicht ein bisschen weniger Eis, aber es ist ja auch ein bisschen Temperatur für Eis. Also, danke an die beiden, die vor uns bestellt haben. Vielen lieben Dank, das war sehr lecker. Damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.